Servus, mein Name ist Martin Jäger, ich bin in Las Vegas. Es ist Januar und was ist da? Ganz genau, Consumer Electronics Show. Was werden heuer die Schwerpunkte sein? Man munkelt so bei Fernsehern wahrscheinlich Mini-LED als Hintergrundbeleuchtung und Micro-LED als Ersatz für OLED. Also da ist einiges an Prototypen, wird man da sehen. Gut, was natürlich die größte Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, dieses Jahr ist AI, KI, also künstliche Intelligenz, die steckt praktisch überall drin. Da macht jeder irgendwas. Und was auch das mal ein großer Schwerpunkt sein soll, was man so hört, ist Health & Beauty. Na, bin ich gespannt. Jetzt schauen wir mal, was los ist. Bis dahin, Servus, Pfiat die Wurste, Ciao.